So, jetzt habe ich aufgeklickt. Der Niko, der wird jetzt schauen, dass er den Bereich, wo wir Wurzeln machen lässt. Dass wir ungestört hier alleine entwohnen können. Weißt du, wo der Flugplatz ist? Äh, wohin? Hatte ich doch gesehen, wo er ist. Ist jetzt rechts vorne unter uns. Okay, ich kann da nicht so runter gucken. Und da siehst du den See. Und direkt neben dem See ist er auch der Flugplatz. Wir müssen noch fest angeschnallt. Jo. Okay. Ich auch noch mal. Gut. Dann kann es losgehen. Mal gucken, wo der Flugplatz ist. Ich rocke erst mal mit den Prügeln. Das ist auch für die Leute am Boden das Zeichen, dass das jetzt losgeht im Kunstflug. Dann hole ich Fahrt auf und beginne mit der ersten Figur. Und wenn es dir nicht passt oder etwas nicht gut ist, musst du Bescheid sagen. Ja. Ja. Okay? Ja. 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 So, verschwassen. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Also ich mache das auch gerne und mir macht das Spaß, aber bei den Gästen weiß man immer nicht, wie sie reagieren. Aber wenn es ihnen gefallen hat, dann freut es mich. Es ist halt ihr Kirmeskarussell noch besser. Seil ab! Untertitelung. BR 2018 Kurze Charlie, Position. Verstanden. Lange Landung bitte. Lange Landung. Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018